testing testing jetzt halte ich das mikrofon ungefähr eine armeslänge also 50 cm 40 cm weg jetzt sind es zehn zentimeter und jetzt spreche ich direkt in das mikrofon ich bemühe mich nicht so starke laute zu produzieren weil es dann sonst übersteuert so this is the mic about 40 centimeters away now 10 centimeters and now i have to speak with a very low voice because i don't want to cause overloads of the signal and the signal is very low from this microphone i don't know why so the zoom h6 is fully cranked up and yeah all right folks if you like this video please leave a positive feedback and see you next time in the next movie bye bye